Wie geht's bei Need Space 2? So, im letzten Jahr sind wir hier drei, zwei Mal gestorben. Wir haben hier eine Taschenlampe bekommen und, äh, schon mal hier, dass wir wissen, wie wir laufen müssen. Und wir haben eine tödliche Erkrankung, die Demenz. So, da wollen wir durchschuschen. Und die Lady will uns ja helfen. Und ich bin gespannt, was mich hier noch so erordnet. Oh Gott. Ich denke aber mal, ähm, jo. Nix Gutes nehme ich an, ne? Ich denke einfach mal, nix Gutes. Klingt hier was? Ach, ne. Alter, was ist denn hier? Ähm, ist hier jemand duschen? Oder was ist hier vorsa? Oder? Puh, keiner weiß Bescheid, ne? Oh, was ist jetzt? Was hat er denn? Weiß ich. Was zum Henker? Oh, das freut mich auch grad. Hier sind irgendwelche schwarzen Flecken auf dem Boden. Okay. Waffen kann man schnell wechseln, sehe ich gerade. Das ist cool. So, ich geh jetzt hier durch. Auf alle Fälle mal. Weil, wo soll ich sonst lang muschen? Oh! Das ist ja cool. Mensch, durch die Lüftungsschächte rumkriechen. Ach, Mensch. Alter, Verfeuer, hallo. Da kann ich auch gar nix machen hier in diesen kleinen Lüftungsschacht, ne? Nehm ich an, ne? Was soll ich machen hier, oder? Mal wie, äh, draufgehen ist hier dann gleich nix. Alter, wie sind das hin, das ölle Viecher? Mehr fernbleiben hier. Seh ich wahrscheinlich die Viecher und muss die dann, äh, ja, nehm ich an jetzt, ne? So ein bissel bekämpfen. Ah! Weih, was ist denn hier los? Alter, was ist passiert? Sind Sie okay? Warum helfen Sie mir? Wenn Zeit nimmt, die Fälle sehen, noch mehr Menschen sterben. Mich eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Da ist was faul, oder? Recht. Ach, hier geht's gar nicht rein, oder was? Boah! Was ist denn hier los, ey? Ja, du musst hier draufdrücken, nehm ich an, wa? Oh! Du rufst alle Kabel raus hier. Nicht schlecht. Zack! Was haben wir jetzt bekommen? Kniese! F! Okay. Nicht schlecht. F! Kommt jetzt wohl jetzt, oder wie? Oh! Hier haben wir durchgeführt. Soll ich denn lang hier? Hallo, wie lang geht's denn? Ach, nach rechts. Ähm. Ich nehm mal hier so einen Teil mit, oder? Ich weiß jetzt auch nicht so recht, was ich hier jetzt machen soll. Ach, ich komm hier gar nicht durch. Ach! Jetzt versteh ich. Okay. Ach! Ach! Scheiße, scheiße, scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Ach, ich kann doch nicht so schlecht! Oh, Mensch! Oh Gott, nochmal! Oh! Oh, ne, jetzt, oder? Na prima! Jetzt hab ich schon das Spiel einfach gewählt und dann... Ähm. Geh ich trotzdem dauernd drauf. Na ja, jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert hier. Drücken die Truppe mal. Soll ich noch keine Waffe haben, müssen wir halt mit diesen komischen Dingern da auch... ...spielen. So, ja, F. So, jetzt, ja. F. So, jetzt, ja. Ich streff mich auch. Oh, was ist denn da? Oh, das kommt super! Wow! Kommt jetzt noch was, oder wie? Hallo? Ah, da kommt noch eins. Warten wir mal, wenn es kommt. Und... Zack! Jawohl! Und, los! Kommt noch was? Und, alle? Wollt ihr noch was von mir? Ich bring euch, alle! Kann man hier auch durchgehen? Oh, ne. Also, warum kaputt machen? Oh, so, ich glaub, ich geh weiter jetzt, oder? Huuuuh! Boah, ist ja eklig, ey, Leute. Ich glaub, hier kommt nix mehr jetzt hier. Oh Gott, ob ich richtig bin hier. Könnt ich jetzt trotzdem noch klötzen? Ja, ne, wa? Ah ja, ich muss ja durch. Okay. Ich nehm das hier mit, wa? Oder? Holder, holder. Ach, ich kann jetzt ja mitnehmen schon, oder? Wo ist es denn jetzt hin? Ich will das mitnehmen! Och, heider nein. Ich hab ein Medibag. Yeah, wo ist denn da jetzt? Ähm, auf Kuh. So, dann wollen wir mal hier reingucken. So, ist schon schön, aber es ist nicht schön, wenn man keine Waffe hat. Muss ich mal feststellen. So, da sind wir hier wieder. Ähm. Oh, das ist jetzt wieder. Hallo? Ach, du meinst. Ich hab nicht mehr so Zeugs hier. Äh. Äh. Scheiße. Ich muss jetzt holen Dinger her. Ja, das ist gut, oder? Pfff. Jawohl. Ah, jetzt haben wir noch diese Dinger. Jawohl. Was geläppt denn noch? Zack. Jawohl. Wo ist denn noch eins? Ah! Oh, das war aber knapp jetzt. Alter. Voll. Oh. Hab ich es jetzt nicht? Oh, das sind ja voll die Menschen hier, ey. Gibt's ja gar nicht. Scheiße. Ich glaub, da kommt doch was, oder? Ja, ist ja gut. Macht das. Ich hoff. Ich muss den nächsten Ausgang finden hier. Ich glaub, es kommt nichts mehr, oder? Uh. Ist das jetzt lang hier, Leute? Mal gucken hier, wa? Ah, okay. Davor muss ich. Na, ich renne mal, wa? Ich bin ein wenig vorankommen hier. Ach so, ich komm nicht weiter hier. Ah, okay. Ach, da muss ich ja runter. Ähm, hier lang. Ne, ach nicht. Hier lang. Ja, ist ja gut. Scheiße, ist dunkel, ey. Ich muss ja mal... Ich wollte eigentlich die Helligkeit noch ändern. Das muss ich ja mal noch machen. Hier ist irgendwas. Oh, Geld. So weiß. Geld ist immer gut. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ja, ist in Ordnung. Aber ich glaub, wir kriegen nichts mehr, oder? Hier ist noch so ein Teil. So, und jetzt auch hier. Wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich lang? Ah, okay. Links rum. Ähm, und dann. Ach, ich nehme einen hier rein, wa? Oder? Ja. Okay. Dann wollen wir mal reinhuschen, wenn wir uns verkniegen. Leichencontainer zu plündern Achso Der haut ja ganz schön drauf hier neuerdings Achso, die kann ich auch plündern hier Das kommt sicher noch gar nicht Oh, hier vorne, das ist ja So, okay Wer nah kommt Hm, okay Ach, da kommt auch neuerdings auch Geld raus Bei den Leichen, das weiß ich ja noch gar nicht Ich werde mir schon wieder Hilfe, ey Ach, meine Güte, ey Ich mach gar nichts So, was soll ich machen hier? Das ist zu Ich kann dir nicht helfen Ich kann selber mir irgendwie helfen, ja Das ist nämlich auch nicht so einfach immer So, ich nehm an, dass ich hier rum muss, wa? Ja, genau, siehste Ähm, Moment, wo ist jetzt? Ich kann sie hören, aber keine Waffe, wa? Nee, Waffe haben wir nicht Ich weiß, wir gäste jetzt langen Halbe Ich verlaufen, verlaufen Ich muss da irgendwo reingehen Ja, ich muss da durch, ne? Genau, ich muss da durch Oh, Mann, das wird nix hier Ich brauch irgendwas zum Ich brauch irgendwas zum Bergen hier Irgendwas zum Bergen brauch ich hier Hier, das sind ja mal heute Jawohl Guck mal da Inklusionsstemper Ha, ha Gibt's denn? Wirklich, hä? Wie ist denn das Viech jetzt hier weg? Mann! Ich finde das olle Viech kommt gut hier, Mann Oder hier sind Feuerlöscher? Ja, Feuerlöscher ist auch gut, glaube ich So, Feuerlöscher ist gut Hält er jetzt nur der Kunde her? Nein, ja Scheiße, scheiße Da hier ist noch ein Loch Was ist denn das hier? Munition, krieg ich auch mal zu Und wo ist die Waffe dazu? Scheiße Ich such, such mir hier durchzukommen, Mann Du kriegst das Viech ruhig hier, ey Ich brauch nix hier Vielleicht kann ich das irgendwie verrutschen hier, oder was? Oh Gott Das ist doch ein Mist Wie komm ich hier hier durch? Kann man das einfach sagen? Ich will durchkommen Oh, Mann Hier ist noch ein Feuerlöscher Dann haben wir doch keine mehr Dann war's das hier Gott, ich muss hier irgendwie kaputt machen, die Türe Äh, das Fenster, oder? Ich weiß auch nicht Ach, hier geht's doch rein, Mann Ich glaube, jetzt hat diesen Ausgang verfehlt Mensch, ich blöd Sind Sie Arzt? Nee, eigentlich nicht Ich bin auch nur so ein Kranker Helfen Sie mir endlich, warte ab Okay, los Beruhigen Sie sich, ich schneide Sie da raus Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasma-Kratter? Oh oh, oh oh, oh oh Was zum Henker machen Sie da? Oh Scheiße Hilfe! Ich versuch's hier Hilfe! Ich bin ja schon dabei Oh oh oh, oh oh, oh oh Mach da mal hin, hier der Kunde Ah, jetzt ja Jawoll, jawoll Ich hab's Oh Scheiße, jetzt kommen sie alle, oder was? Oh wow wow So, jetzt haben wir das Verband euch wieder ganze Munition hier Ich weiß, dass ich bestimmt bleibe Ich hab's hier irgendein Ohlin, ey Nee, Quatsch, boah Scherz Hä? Muss ich erst immer ab, wenn ich lieber rumtrampeln, oder was? Das ist ja bescheuert, oder? Find ich jetzt gar nicht so schön So, der ist jetzt platt, wie ich sagen Äh, will ich mal sagen So, ich möchte auch gern mal ein bisschen speichern Wär das schön Ach, wär das schön wieder Oh Scheiße Ich bin schon durch, wa? Ich befreie dich mal hier drauf Sie auch nicht mal auszuhalten Hier mit deinem Gezappel, ey Boah So, einmal frei Haben wir schon mal ein paar Äh, eine Munition hier Boah, gut, gut, gut Ich hab da drin Übung Ah, Mensch Das ist ja schön, wenn man so eine Übung hat, ne? Mich hier durch, oder was? Ah ja, hier müssen wir durch Okay, auf geht's Ich hätte gern mal gespeichert, Leute Oh, ich drehe mal Falsch hier Ach ja, okay Hier haben wir was zu speichern Oh, Alter Voller So, dann würden wir mal speichern, würde ich sagen Und dann würde ich sagen Haben wir ja die ersten Folgen schon mal Gut gemeistert einigermaßen, wa? Uh, und dann würde ich sagen Machen wir so einen kleinen Cut Und da sehen wir uns einfach Das nächste Mal wieder Ich mach einfach nochmal, weil ich bin mir jetzt sicher Ob ich jetzt gedrückt hab oder nicht Ah, jetzt hab ich gedrückt Okay, also dann Tschüssling Bis zum nächsten Mal Tschüss